Die Anglikanische Kirche von Kanada ist eine Mitgliedskirche der Anglikanischen Gemeinschaft in Kanada mit etwa 640.000 Mitgliedern. Sie besteht aus 30 Bistümern, dabei ist das Bistum Caribou im Central Interior-Bereich von British Columbia derzeit inaktiv und wird verwaltet von einem Sophragan-Bischof des Erzbischofs von British Columbia und der Yukon, die in vier Kirchenprovinzen eingeteilt sind. Primas der Anglikanischen Kirche von Kanada ist Fred Hils, der vom 1. März 2002 bis zum 20. September 2007 Bischof von Neuschotland und der Prinz Edward in Silva. Höchste Autorität ist die Generalsynode, die alle drei Jahre zusammentritt. Die Volkszählung von 2001 ergab, dass sich 2,04 Millionen Bewohner von Kanada als Anglikaner identifizieren. Dies sind 6,9% der Gesamtbevölkerung. Allein in der Provinz Ontario lebten 985.110 Anglikaner. Offizielle Namen der Anglikanischen Kirche von Kanada. Der derzeitige englische Name der Kirche, Anglikan Church of Canada, wurde 1955 angenommen. Bis dahin hieß die Kirche The Church of England in Kanada. Der französische Name der Kirche lautet seit 1989 Leglis Anglikan du Kanada. Zwischen 1977 und 1989 hieß sie offiziell auf Französisch Leglis Episcopale du Kanada. Geschichte Die ersten Kleriker der noch vorreformatorischen englischen Kirche waren Kaplane, die die Expedition von John Cabot 1497 begleiteten. Unter den nordamerikanischen Loyalisten, die nach der amerikanischen Revolution nach Kanada flohen, waren sehr viele Anglikaner. Und die Zugehörigkeit zur anglikanischen Kirche war charakteristisch für die herrschende Elite in den britischen Kolonien in Nordamerika in der Zeit. Als die Kolonialregierungen nicht von einem Kolonialparlament gewählt wurden. Bis in die 1830er Jahre war die anglikanische Kirche in Kanada Teil der Church of England. Bischöfe wurden in England ernannt und Priester wurden von dort entsandt. Und auch die Finanzierung der Kirche wurde vom britischen Parlament getragen. Die ersten kanadischen Synoden kamen in den 1850er Jahren zusammen, womit die kanadische Kirche einen gewissen Grad an Autonomie erhielt. 1861 als Ergebnis der Entscheidung des Justizausschusses des Privy Councils Long V. Gray wurden alle anglikanische Kirchen in Kolonien des britischen Abheers autonom. Dennoch wurde die erste Generalsynode für ganz Kanada erst 1893 abgehalten. Dort wurde Robert Machay als erster Primas gewählt. 20. Im ersten Teil des 20. Jahrhunderts verstärkte die ACC ihre traditionelle Rolle als Establishment-Kirche. Obwohl es zunehmend auch Einflüsse von der sich auch in Kanada ausbreitenden Social Gospel Bewegung gab. Und auch der christliche Sozialismus von Teilen der Church of England kam in Kanada zum Ausdruck. Diese Einflüsse mündeten 1958 in der Schaffung von etwas, das später als Primates World Relief and Development Fund bekannt werden würde. Gegen Ende der 1960er Jahre wurde die Veränderung schneller. Als Mainline Churches die erste Welle des Mitgliederschwunds und Abnahme der Kirchenbesucherzeilen zu spüren bekamen. Ökumenische Beziehungen wurden intensiviert mit dem Ziel der vollen Kirchengemeinschaft. Seit den 1970er Jahren wird in der anglikanischen Kirche von Kanada die Ordination von Frauen zum Priesteramt praktiziert. Erste Bischöfin der anglikanischen Kirche von Kanada wurde 1997 Victoria Matevs Struktur. Das oberste Gremium der Kirche ist die Generalsynode, die alle drei Jahre zusammenkommt und aus Laien. Priestern und Bischöfen aus jedem der 30 Bistümern besteht. Kathedrale Die meisten anglikanischen Kathedralen in Kanada sind bescheidene Gemeindekirchen, mit Ausnahme der Kathedralen von Toronto, Chalifax, St. John's und Victoria, die über größere Dimensionen oder eine beeindruckende Architektur verfügen. Obwohl selbst diese nach europäischen oder gar australischen Standards eher bescheiden sind. Die Özesanfunktionen werden daher wegen der begrenzten Zahl an Sitzplätzen in den meisten anglikanischen Kathedralen oft in Kirchengebäuden der römisch-katholischen Kirche oder der United Church of Canada abgehalten. Die Christchurch-Kathedral in Ottawa, obwohl sie keine nationale Designation hat wie die Washington National Cathedral, ist dennoch der übliche Standort für Staatsanlässe, die in kirchlicher Umgebung stattfinden sollen. W. Z. B. Staatstrauer feiern für nicht-römisch-katholische Personen Primates Robert Machrei William B. Bond Arthur Swetman Samuel Pritchard Matheson Clarendon Lemvorell Derwin Treffor George-Fred-Erik Kingston Walter Barfoot Howard Clark Ted Skit Michael Pierce Andrew Hutchison Fried-Erik James Hiltz Bistümer Fußnoten